So, ich würde auch sagen, wir gehen mal gleich rein ins Game, weil wie gesagt, ich bin echt heiß auf das Spiel. Bin gespannt, wie ich abgezogen werde und ich hätte mega Bock auf die neue. Wenn du mich siehst, sag Masha'allah, einfach die Hübscher. Auf Fate bin ich, habe ich ein bisschen Bock. Warum kann ich reden? Gegner hinter Bitter. In der Mitte ist er hier. Schade, ey Leute, wie geil war der. Kann ich ihn heilen? Ich wollte ihn heilen. Weiß einer, was eine gute Waffe ist für einen Blödmann? Ich würde erst mal Vandalen nehmen. Ich nehme erst mal die Vandalen. Okay, können die hier eigentlich sein? Nee, ne? Wahrscheinlich erst sehr, sehr spät. Streng dich mehr an. Weil ich so klug bin. Okay, Leute, es ist jetzt erst mal ein Lernprozess. Und dabei ist mein Käffchen. Idee, er hat sich auch geholt. Was ein erster ekelhafter Feigling. Ganz ehrlich. Also was war denn das jetzt für eine Nummer? Welcher Charakter ist denn das? Jet. Okay, probieren wir mal. Ich muss auch meine Beine nichts noch ändern, weil C, Q, E gefällt mir jetzt nicht. Q und E ist okay. C werde ich wahrscheinlich auf meine Maustasten. Wow, Panik. Ah, Hilfe. Ah, ich geh weg. Geh bloß weg, Kollege. Ich versuchte immer zu umlaufen. Einfach gepanikt. Okay, wenn man so schwebt, hat man aber null Aiming. Gegner bei B gesichtet. Gegner bei B gesichtet. Gegner bei B gesichtet. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich will mich nur... Trust me. Lenker ab. Wo ist er? Upsi. Ein Gegner übrig. Egal, einer ist gold. Egal, einer hat gold. Egal, einer hab ich mitgenommen. Das lag, ich sag schon schon, das lag an meinem eigenen Kill von hinten. Schöne von hinten hinterkommen. Aua. Das war mal und der Assi. Aua. Iiii. Oh, cool. Ey. Ah. Gegner bei A gesichtet. Iiii. Gegner bei A gesichtet. Iii. Blockiere die Sicht. Ja, danke. Der hat mir die Sicht blockiert. Ein Gegner übrig. Spike platziert. Okay, so wie sieht ich Spike, Johnny's ne, ne? Aus dem Weg. Danke. Okay. Nice. Oh, der hat mir aber gut gegeben. Der hat mich gut bedrückt, äh, wie ein Käfer. Ein Gegner ist drin. Und B? Klappe zu. A für tot. Letzter Leben der Verbündeter. Ha. Ich werde jetzt mal von hinten versuchen rumzulaufen und dann meine Ulti machen. Lecker. Gegner bei B gesichtet. Gegner bei B gesichtet. Gebt mehrere Gegner in der Mitte. Erledigt. Hallo? Lassen wir noch einen übrig? Ein Gegner übrig. Lassen wir den letzten. Unmöglich. Du bist ja ich. Ha. Ah, okay. Da hätte ich nicht, äh, sprainen dürfen. Aber habt ihr noch getroffen, oder? 74 hab ich hier abgezogen. Teilerin am Boden. Sprain bei B gesichtet. Sucht sie. Tschüss. Ah. Unwürdiger. Ah, schade. Die Runde war doch gar nicht so verkehrt, oder? Wollte ich gerade sagen. Wenn ich da war, habe ich ja mal richtig abgeliefert. Wie kann ich denn eine Waffe antworten? Weiß das einer? Wie kann ich denn zum Beispiel die Waffe... Brauche Beute. Kann mir das jemand... Danke sehr. Ach, die untereinander helft ihr euch hier? Na, danke. Für nichts, Jungs. Also, wirklich. Haben die sich jetzt untereinander hier alles gekauft? Und ich bin ein, der eine lächerliche Pistole hat? Na gut, dann will ich euch mit euch zusammenlaufen. Da bin ich zickig. Ich teleportiere. Ach, ist nur Reset. Hat keiner Geld. Ah, ich bin dumm. Ich bin dumm. Bereite von... Ach, die lege ich mir bei A. Hütte ich. Tod. Was, oder? Wir eliminieren. Lockiere die sich. Spike in A. Lade nach, ich hab den Spike. Lade nach. Ah. So, jetzt gehen wir mal auf eine Long-Range-Snipe. Wo kann man hier gut snipen? Ja, kann da mal bitte einer lang gucken. Aus dem Weg. Kein Ding. Oh, ich hab meinen Ulti. Leute. Let's go. Ulti. Hütte es. Spack in Mitte. Äh, ja, sorry Leute. War... Ich war halt nicht gut. Ich war halt nicht gut.